Hallo und herzlich Willkommen bei meinem neuen Video zu Dead by Daylight. Wir starten direkt mal in die nächste Runde. Ich habe noch ein paar Blutpunkte zu verteilen, sehe ich gerade. Na, wieder rausgeflogen. So, was statte ich denn hier jetzt noch schnell aus? Am besten, ich will mich da nach vorne kämpfen. Yay! So. Die, die beim letzten Mal mein Video verfolgt haben, die haben sicherlich gesehen, dass ich meine ganz, ganz tolle Opfergabe verloren habe, dadurch, dass so ziemlich alle gelieft haben. Ja. Mal sehen, wie es diesmal wird. Ich denke mal nicht, dass bei diesen Runden das jetzt nochmal so vollkommt, beziehungsweise ich habe eh nicht mehr so eine starke Opfergabe. Wäre cool, wenn ich wieder an so eine hinkomme, denn die war wirklich, wirklich ziemlich geil. Das war so ein ganz verdichtender Nebel und dunkler Mondschein und man hat wirklich so ziemlich nichts gesehen und es war schon ziemlich geil. Verfallener Kuhstall. Okay. Wir haben schon mal nicht den Geist, das ist gut. Den hätten wir jetzt schon gehört. So. Ich suche jetzt eigentlich gerade für ein paar Punkte die Kisten. Die Kisten, wo ich jetzt hier zum Beispiel mein Medikit bekomme. Aber da war jetzt noch nichts. Schauen mal, da. Hier muss ich mich beeilen, den Keller mag ich nicht sonderlich. Okay. 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 Missed. Ich warte jetzt noch kurz, bis er da hinten nicht mehr sichtbar ist. Mist, 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 Mist. Oh, nein! 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 Jetzt versuche ich aber meinen Trick, weil er wird sie 100% in den Keller schleppen. Ich versuche den Trick. Er ist sehr riskant. Aber ich fand ihn echt gut. Ich habe den mal bei einer Streamerin gesehen. Nein! 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 Es tut mir leid, es tut mir leid! Er hat wieder funktioniert. Wie geil ist das denn? Mist, sie liegt da jetzt unten. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Aber die wird jetzt so schnell sterben, die wird da jetzt nicht durchkommen. Und sehr wahrscheinlich ja, weil die schon mal gehangen ist. Aber hey, es bestätigt sich. Das ist eine echt coole Taktik. Ich sollte vielleicht beim nächsten Mal nur noch ein kleines bisschen länger warten. Ein kleines bisschen mehr Zeit vergehen lassen, dass sich der Mörder, wenn er nicht kämmt, dass er sich entfernt. Das wäre natürlich optimal. Ach, Mann. Sie ist tot. Es tut mir sehr leid. Ich wollte dir helfen. So, ist sie irgendwo? Okay. Ich dachte schon. Nein! 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 Ich laufe direkt in die nächste! Was für ein Scheiß! Nein! Was für ein Mist! Wiggle! Ich habe auch ganz oft Glück übrigens, dass ich mich frei wiggeln kann. Schauen wir mal. Ah, ich glaube, hier ist gleich ein Haken. Mist. Aber er hat, hey, aber er hat da keine... Er kämmt mich jetzt. Er weiß genau hier, was abgeht. Der hat seine Fallen echt gut gesetzt. Wirklich. Helfen die mir oder nicht? Ich probier's. Nein! Ah, Mist. Er legt trotzdem noch eine Falle hin. Mist. Also. Schnappenhopp und Kryptonit. Ähm. Ihr wollt mir nicht helfen. Aber ist nicht so schlimm. Nein! Ich habe immerhin Estas Kotzel. Ich habe wenigstens ihm oder ihr helfen können. Das ist ja schonmal gut. So, rennt er weg? Nein! Er kämmt! Oh, was bist du für ein schlechter Killer! Naja. Ich bin ja wirklich der Meinung, ein guter Killer kämmt nicht. Der kriegt es auch so hin. Oh nein! Der Ausgang ist offen! Hm. Noch ein bisschen länger hätte ich durchhalten müssen. Naja. Jetzt habe ich meinen... Oh nein! Jetzt habe ich meinen Edikit verloren. Naja. Jetzt habe ich meinen Edikit verloren. Na ja. Jetzt sind sie wieder mit ihrem grünen... grünen Anzug. Jetzt habe ich eine Werkzeugkiste. Cool. Oh, die habe ich aber nur einmal. Ach komm. Wann soll ich sie sonst hernehmen? Opfergabe. Was machen wir hier? So. Machen wir das. Und dann noch ein bisschen. Ja. Und dann habe ich das. Aber ich habe mich nicht davon gemacht. Ich habe es nicht gewusst. Kohlelager, okay. Hi, wo rennt die hin? Ach, da hinten ist alle von uns, okay. Ich möchte da hoch, denn da oben, soweit ich das... So, ich muss echt aufpassen auf diese... So, ich muss auch noch mal an die Hälfte, die ich habe. So, ich muss auch noch mal an die Hälfte sein. So, ich muss noch mal an die Hälfte sein. Wow, er hat da eine Falle gesetzt. Ich habe es genau gesehen. Ist er weg? Wo hat er die jetzt hingesetzt? Er hat doch da gerade eine gelegt. Ach, er hat die aufgehoben. Okay. Wo ist der Gift schnippt worden? Mist. Ach, unten im Keller. Oh nein, Leute. Okay, der Mörder ist also jetzt gerade im Keller. Das ist jetzt der Werkzeugkast. Mit dem, glaube ich, kann ich das Dach. Sehr geil. Das ist mein Werkzeugkasten kaputt. Oh nein. Hat er hier eine Falle eingelegt? Nein. Nein, wieso? Rett ihr da bei die Falle rein. Also, das ist ein bisschen. Ich habe auch in meinem Kamm zum Beispiel gemacht. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Ich habe auch in meinem Kamm. Aber ich habe auch in meinem Kamm. Entferne dich. Also, da ist das sehr gut. Ich habe auch in meinem Kamm. Und in meinem Kamm. Vielen Dank. Nein, nein! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Nein! Oh, er ist ein cooler Mörder. Ich renne jetzt, beziehungsweise... Fuck, ich krieg jetzt Gras. Da dürfte er mich nämlich nicht mehr finden. Er ist abgehauen. Willst du mich verarschen? Nein! Nein! Och, nö! Nein, das war der... Nein, das war so knapp! Das war so knapp! Er hätte mir echt noch helfen können. So ein Mist. Aber ich glaube, ich habe ein paar Punkte bekommen. Ha, was? So wenig! Schade. Oh, das ist echt wenig. Okay. Och, nö! Meine schöne Werkzeugküfte. Hm. Das reicht gar nicht mehr. Na gut. Was haben wir denn hier noch? Na, ich gebe es jetzt nicht aus. Das ist schon wieder so ein übles, hässliches Shirt. Oh, Mann. Vor allem glaube ich, dass man das echt gut sieht. Also, dass der Mörder da wirklich ein leichtes Spiel hat. Ich bin ganz froh mit meinen dunklen Klamotten. Okay. Ich bin ganz froh mit meinen Klamotten. Oh, hey. Da ist schon der erste, okay. Na, dann fangen wir doch gleich mal an. Keine Zeit verschwenden. Hm. Dann fangen wir doch mal an. Mit wem spiele ich denn? Gladiatus, Offline und Goku. Oh, Goku mag ich. Das ist ein cooler Name. Also, wir haben es wohl mit dem Fallenmensch zu tun. Schauen wir mal, ob ich nochmal so eine Kiste ausbeuten kann. Das wäre natürlich echt optimal. Die haben bestimmt so ein Ding verkackt. Okay. Oh, oh. Und eine Falle angelegt, die ich natürlich jetzt gleich mal entschärfen werde. Oh, und da auch. Oh, der legt es drauf an. Okay. Ein kluger Schachzug, muss ich sagen, denn die Fallen auszulegen ist natürlich wirklich erstmal sehr gut. Oh, wie fies. Und hier hinten hat er auch eine gelegt. Wo hat er die hin? Bestimmt laufe ich jetzt auch gleich rein. Wo hat er die denn jetzt hin? Oder hat er die nur aufgehoben? Das kann natürlich auch sein. Nein, Goku! Goku! Da hinten hat er ihn aufgehoben. Kann bitte jemand Goku helfen? Ich muss gerade hier echt... So. Da ist einer. Okay. Kommt der raus? Das wäre es ja. So. Auf den Boden gucken. Auf den Boden gucken. Habt ihr eine platziert oder nicht? Nein? Okay. Ich hätte ihm helfen müssen, aber ich dachte mir, ich spiele jetzt diese Runde mal nicht so helferisch, sondern mal ein bisschen egoistisch. Wo ist der Nächste? So. Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Hier? Auf der Nächste? Vor der Nächste? Moral! Anscheinend nicht. Oh, Mist. Na, auf zum Nächsten. Also es ist wirklich von der Taktik, finde ich, am besten, wenn du einfach weiter gehst zum Nächsten, denn die Chance ist eigentlich so recht hoch, dass der Mörder da halt auch noch so schön hinläuft, ne? So. Mist, Offline ist gleich tot. Gut. Ich schaff das nicht mehr. Ich glaube, auf dieser Map bin ich echt noch nie gewesen. Hm. Gut. 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 Ich stecke der Rater jetzt. Wo hat er ihn aufgehangen? Da hinten? Okay. Falle, Falle, Falle! Hat er nicht! Abhängen! Los! Los! Renn! Renn! Nein! Nein, 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 nein! So, da rüber! Bitte! Nein, 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 nein! Ach, Gladiatus, ich hab's versucht! Das ist echt schlimm. Das ist so ein Schreckmoment immer, wenn man hier ein Pulsmesser an mich dran schließen würde. Aber es könnte sein, dass er mir auch hilft. Oha, Vorsicht, Falle! Also, was wirklich, wirklich gut wäre bei diesem Spiel, wäre so ein Chatfenster. Wo man... Nein! Nein! So, probier ich's? Ach, sonst ist es eh... Sonst ist es jetzt eh aus. Okay. Los, Gladiatus! Ich warte doch auf dich. Vielleicht hab ich ja noch ne Chance mit dir rauszukommen. Nein! Du bist wieder reingetreten! Aber ich muss sagen, das hat der... Der Killer wirklich, wirklich gut dieses Mal gemacht. Der hat die Fallen wirklich gut gesetzt. Kann man nicht sagen. RIP! 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 Naja. Also, wie ihr seht, es gibt auch Folgen, wo man mal nur stirbt. So, Gladiatus ist nochmal raus. Ähm, ja, es wär echt cool. Ich würd mich entweder freuen, wenn der rauskommt. So, dann werte ich jetzt eigentlich nur noch mal... Okay, da fehlt mir noch ein bisschen. Aber das folgt in der nächsten Episode zu Dead by Daylight. Und vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich wünsche euch heute noch einen ganz tollen Tag. Bis dann!